In dieser zweiten Fachwerksaufgabe haben wir es bereits mit einem sehr viel komplexeren Beispiel zu tun. Einerseits liegt die Komplexität, wie wir sehen werden, in der Geometrie und andererseits ist dieses Problem leider auch nicht symmetrisch, sodass sehr, sehr viele Schnitte durchzuführen sind, um die geforderten Stabkräfte zu berechnen. Wir werden uns daher darauf beschränken, nur einen Teil des Problems zu lösen. Meine Vorgehensweise in dem Fall ist so, dass ich mir zuerst einmal anschaue, was kann man mit dem Gesamtgleichgewicht anfangen. Kann man irgendwas ausrechnen aus dem Gleichgewicht, wo man halt nur die Lager frei macht und noch keinen Ritterschnitt durchführt. Und das ist in dem Fall tatsächlich so, weil das AX Null sein wird, weil alle äußeren Belastungen in Vertikalrichtung zeigen und das Lager in E ist ein Loslager, Rollenlager. Das kann in X keine Kraft aufnehmen. Daher muss auch die Lagerkraft in A Null werden, weil es von außen nichts gibt. Das ist die einzige Lagerkraft. Natürlich kann man es auch einfach ausrechnen, wenn Sie wieder das übliche Koordinatensystem hernehmen. Das ist A, das ist E. Dann hat man von außen diese Belastungen 2P, 4P, 4P, 5P, 3P. Die Lagerreaktionen sind aber AY und AX und in E gibt es nur das EY. Und dann folgt aus einem Gesamtgleichgewicht sofort erstens einmal, dass das AX Null ist. Summe X ist Null. Da steht nur AX ist Null. Fertig. Und aus einem Momentengleichgewicht um den Punkt E kriegst du das AY raus. Da muss man halt alles buchhalterisch zusammenzählen. Positive Drehrichtung gegen den Uhrzeiger sind. Also AY, das ist alles L. Das sind 4L um E. Dann alles andere dreht positiv. 2P mal 4L plus 4P, 3L plus 4P mal 2L plus 5P mal L ist Null. Und die fassen wir alle zusammen, die P's und L's und kriegen insgesamt ein AY von 33 Viertel P. Das sind 8,25 Kilo Newton. Und dann schauen wir uns an, was geometrisch da passiert. Und zwar ist es sinnvoll, mit ähnlichen Dreiecken zu arbeiten in dem Fall. Das heißt, ich zeichne einmal den ABC-Abschnitt her. Ich schneide so durch. Also ich mache da einen Ritterschnitt zwischen C und B und H und C und so weiter. Da ganz durch runter. Und dann zeichnen wir einmal die Kräfte ein. Und was jetzt der Schmäh dran ist eigentlich, ist, dass man hier dieses Dreieck darüber verlängert. Geometrisch ein ähnliches Dreieck sich zusammenbaut. So. Zu irgendeinem Punkt Null Strich. Ja. Dann haben wir hier Komponenten. FHGX, FHCX, FHCY und so weiter. Also die ganzen Kräfte, Stabkräfte in Komponenten zerlegt. So. Und B und H, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. In B und H gibt es in dem Fall natürlich keine Stabkraft, weil der Stab ja noch nicht auseinandergeschnitten ist. Also hier bleibt der Stab B, H bestehen. Deswegen haben wir da keine Stabkraft. Die gibt es ja erst, wenn wir den aus einem Anschein. Das tun wir aber nicht, weil dann führen wir ja wieder Unbekannte ein. Das muss nicht sein. Wir können auch in dem Teilsystem, wenn das hier der Schnitt ist, ein Gleichgewicht bauen. Wie immer. In jedem beliebigen Teilsystem können Sie ein Gleichgewicht bilden, wenn das Gesamtsystem im Gleichgewicht ist. Ja. Dann machen wir die Geometrie extra. Wie schaut die Geometrie aus? Diese Länge hier ist B bis runter. Dann habe ich da eine Höhe H2 und eine Höhe H1. Ich habe hier einen Winkel Delta definiert, einen Winkel Gamma. Ich habe hier einen Abstand, der E gegeben ist, der ist L. Der Abstand da unten, diese Hypotenuse von dem rechtwinkligen Dreieck da. Die ganze ist C. Also das B ist die Hypotenuse von dem oberen rechtwinkligen Dreieck und C ist das von dem unteren. Und dann braucht man einen Abstand zu dem Punkt. Null Strich daher. Das ist X Strich. Und hierher ist X. Der Witz ist der, dass ich dann einfach eine Momentenbilanz um den Punkt Null Strich da oben mache. Jetzt schauen wir uns die Geometrie noch einmal im Detail an mit den einzelnen Dreiecken. Wir haben einerseits das Dreieck mit B als Hypotenuse. Das ist dieses hier da. Das hat B und L und H2. Das heißt, wir können uns mit dem Satz von Pythagoras einmal die Hypotenuse ausrechnen. Das ist H2² plus L² Wurzel draus. Dann haben wir hier Wurzel 34 Meter. Und das untere Dreieck, das hier, das hat wieder L als eine Kathete, H1 als zweite Kathete und C als Hypotenuse. Wieder, Hypotenuse ist unbekannt. Die rechnen wir uns aus. H1² plus L² Wurzel draus ist Wurzel 29 Meter. Und das zweite ist ähnliche Dreiecke. Wir haben ein ähnliches Dreieck von diesem großen da. Das ist die Verlängerung da rauf, also dieses hier, das Ganze außen herum. Und das ist zu dem Zweier da unten natürlich ein ähnliches. Das heißt, da kann man ein Verhältnis aufstellen. So, das ist 2 da unten. Das heißt, wir haben hier L, wir haben hier H1, wir haben da oben H2 und diese waagrechte Distanz ist X'. Das heißt, nach ähnlichen Dreiecken ist L zu H1 vom kleinen Dreieck gleich X' zu der Gesamthöhe H1 plus H2. Und damit kann man sich den Abstand X' ausrechnen. Der ist L durch H1, H1 plus H2. Das sind 12,5 Meter. Und damit ist das X, das X war der Abstand da oben von Lager A zu dem Hilfspunkt Nullstrich. Das kann man natürlich dann auch bestimmen, wenn man das X' kennt. Das ist X' minus 2L, der Restabstand. Das sind 2,5 Meter. Jetzt ist die Frage, warum haben wir eigentlich diese Hierarchie da überhaupt gerechnet? Was bringt uns das jetzt? Wir brauchen ja die Winkel da. Wir müssen die Winkel für die Komponenten bestimmen von FHG und FHC, also Gamma und Delta. Und um die ausrechnen zu können, brauchen wir natürlich diese Dreiecke. Und für die Momentenbilanz brauchen wir den Abstand da, den wir noch extra bestimmt haben. Damit kann man dann die Kraftkomponenten sofort hinschreiben. FHGX ist also, wenn man oben schaut, FHGX ist FHG mal Cosinus Gamma. FHG ist ja das hier, der eingeschlossene Winkel geht zu X, also ist das der Cosinus. Und Gamma aus dem Dreieck ausgerechnet, also der Cosinus von Gamma ist L durch C. Ankathete durch Hypotenuse. Damit kann man es ausrechnen, ohne den Winkel direkt kennen zu müssen, weil wir ja die Längen jetzt eh kennen alle. Wenn Sie es einsetzen, kommt da was Schönes raus, nämlich 5 durch Wurzel 29 FHG. Gleiche für alle anderen. FHGY ist natürlich dann der Sinus von Gamma. Der Sinus muss die andere Kathete sein. Das war H1. Also 2 durch Wurzel 29 FHG. Und für FHC genauso. X Sinus Delta. Sinus von Delta ist L durch B. Das ist das obere Dreieck, wenn Sie sich erinnern. Und das ist 5 durch Wurzel 34 FHC. Und FHCY ist Cosinus Delta. Das ist H2 durch B. So, jetzt haben wir die ganzen Komponenten und jetzt muss man eine Momentenbilanz machen. Momentenbilanz um verschiedene Punkte sogar, habe ich gemacht, um drei verschiedene Punkte. Es hindert sich ja niemand daran, mehrere Momentenbilanz zu machen. Und das habe ich da so gemacht, nämlich einmal um den Punkt H. Schauen wir mal kurz, wo ist der Punkt H. Das ist genau der Punkt, wo die ganzen Kräfte angreifen. Das heißt, da habe ich im Wesentlichen nur das AY und das 2P drinnen. Und was ich noch drinnen habe, ist dieses FBC da oben mit dem Normalabstand Höhe da, H2. Daraus kann man sich dann nämlich sofort einmal dieses FBC bestimmen, ohne noch etwas anderes hinschreiben zu müssen. Das liefert nämlich minus AY mal L plus 2P mal L, die kennen wir alle. Plus und die unbekannte ist FBC, hat einen Normalabstand H2, ist gleich 0. Das ist meine Gleichung 1 und aus der kann man sofort dann das FBC bestimmen. Dann habe ich um den Punkt C eine Momentenbilanz gemacht, das ist hier. Da kennen wir alle Abstände, die Höhe, die Länge und so weiter. Das ist minus AY mal 2L plus 2P mal 2L plus 4P mal L. Und dann diese FHG-X-Richtung mal H2 plus FHG-Y-Richtung mal L ist gleich 0. So, schauen wir kurz, warum tritt eigentlich FHC nicht auf da oben? Das sieht man sofort. Weil FHC ja von H nach C geht. Und wenn Sie den gesamten Vektor anschauen, dann kann nichts anderes rauskommen, als dass Sie die Komponentenmomente um C wegheben müssen. Weil der ja als Ganzes mit der Wirkungslinie durch C durchgeht. Also den kann man sofort vergessen, den braucht man gar nicht hinschreiben. FHC mal 0, weil Sie keinen Normalabstand haben. Deswegen steckt der da nicht drin. Deswegen ist C ein kluger Punkt für einen Moment, weil da hat man nur FHG als Unbekannte drinnen. Weil FBC geht auch durch, durch C. Und der nächste und andere, dritte, kluge Punkt ist eben dieses 0' da. Weil da bleibt sozusagen das FBC draußen. Das ist nicht drinnen. Dann bleibt das FH, das sieht man da nicht. Aber das FHG geht durch 0' durch. Das ist ja die Verlängerung dieses Dreiecks da unten. Das heißt, auch das fällt weg. Und man hat nur FHG als FHC als Unbekannte drinnen für das 0' für die Bilanz. Das ist die Idee hinter den Bilanzen. Ich mache drei Momentenbilanzen, wo immer nur ein Unbekannte drinnen steckt. Und deswegen auch dieser Punkt 0' darum. Natürlich geht es auch anders, aber dann ist die Rechnung halt langwieriger. Also dann haben wir AY mal X, das ist der Abstand da oben, 2P mal X minus 4P mal X plus L. Und die Komponenten von FHC, X-Richtung hat den Normalabstand H2, Y-Richtung hat den Normalabstand X plus L. Das ist wiederum 0' und jetzt braucht man da eigentlich kaum Arbeit leisten, weil man nichts vom einen ins andere einsetzen muss, weil überall nur ein Unbekannte im Wesentlichen drinnen steht. Weil es schaut jetzt noch nicht ganz so aus, aber das FHCX und FHCY haben wir ja als Funktion von FHC ausgedrückt schon über die Winkelfunktionen. Deswegen nur A-unbekannte. Also aus der Gleichung 1 folgt dann, das ist das Einfachste, das FBC. Das ist L durch H2 AY minus 2P. Das sind meine 10,42 Kilo Newton. Das ist eine Druckkraft auf den Knoten B. Aus 2 folgt, ich schreibe gleich das Ergebnis her, FHG eingesetzt natürlich, C durch H1 plus H2 mal L, mal 2AY mal L minus 8P mal L. Das sind 9,15 Kilo Newton. Das ist so, wie wir es eingezeichnet haben, eine Zugkraft auf den Knoten G. Und aus der dritten folgt das FHC, B durch 2L plus X mal H2P mal 6X plus 4L minus AY mal X. Das sind 2,24 Kilo Newton. Und das ist auch eine Zugkraft auf H. HG ist Zug und HC ist Zug auf H jeweils.